hey leute willkommen zurück zu max place age of wonders 3 wir sind in der letzten mission der staatenbund kampagne episode 3 in der mission schon also die generelle prämisse ist hier erst mal aushalten bzw expandieren langsam jetzt mittlerweile langsamer um ja die anführer weiter reiche gefangen zu nehmen könnte man fast sagen also sie müssen zu einem dialog zu zwingen ja die richtige sohn hat jetzt mal ziemlich harte kämpfer ja die uns gezeigt haben dass wir eventuell ein bisschen vorsichtiger vorgehen müssen deswegen habe ich jetzt die schlüsse daraus gezogen dass wir hier einige verteidiger bauen dann wenn die stadt aufgebaut ist vielleicht dort auch welche hätten wir hier so eine verteidigungslinie und die stadt hier unten ist auch noch sehr wichtig bzw wir gucken was hier unten noch diese neutrale stadt und sagt genau ansonsten ist dann die hauptrichtung mit unseren helden quasi richtung osten hat das mal die menschen auf keinen fall erfahrung geben dem helden aufgeben kriegt er keine erfahrung das ist wichtig wenn ich zumindest der meinung dass er da keine kriegt ok selbst selbst hier wir haben unsere scouts lang genug am leben lassen interessant dass sie jetzt in der episode gleich am anfang beide entfernen ich hätte jetzt vielleicht noch eine runde spielen können und vielleicht ein zauberer sie heraus locken können oder als lieben ist eine frau frei trug sieht aus wie ein mann ja die bitte zwergen sieht hier unten eine stadt bei mir gründen oder was da habe ich ja auf jeden fall was dagegen so und drin es freut mich zu sehen dass ihr schon hier seid etwa ich schließe mich euch an mit meinen truppen an wir sind kampfbereit schattenwandler müssen aufgehalten werden wunderbar wow wow und sie ist stufe 1 oh gott aber egal ich habe gerade darüber gesprochen dass ein neuer hält noch ziemlich cool ja letzte episode da haben wir ihn oder sie so du kriegst auf jeden fall ein reittier eine rüstung stiefel kurzbogen schießen klingen projektile klingen projektile von haus aus doch hier dann behältst du das einfach wegen den klingen projektieren den knüppel und ja das war es erstmal hier von ihr wo waren sie waren alle hier unten dann schild ein diadem und dann hast haben wir schon bald keine plätze mehr frei edward edward die helm haben wir ist nun eigentlich alles haben notreparatur maschinenreparatur das könnten wir noch irgendwie einfach geben und dann müsste sie erst mal einiges haben auch erst unteren muss überleben schießplatz gut über anschluss ja das gucke ich mir ja das muss ich mir dann ruhe angucken wenn wir wieder gold haben feuerknoten wollten wir hier genau wir haben naturunterdrückung genau das ist gut ist schmiedesturm ein zufällige stadt das war der stadt und tötet von anderen außerdem schadenbefeindlichen einladen die stadt zufriedenheit und volkszufriedenheit nicht versteht der toten also wenn man gegen irgendwann gegen und heute kämpfen wäre das ganz gut jetzt erst mal einfache seefahrt und dann eventuell erfindung 2 jetzt die frage höllenhund oder naturunterdrückung das ist eigentlich ziemlich gut aber naturunterdrückung gold kann jetzt mal recht sein dann haben wir mehr übrig und zum beispiel jetzt hier hier wäre noch mal eine festung ziemlich cool gehen wir in die richtung dann kannst du nächster bis nächste runde hier ins meer weil da könnten wir hier noch mal eine festung und super viel gold in camp was super wäre zwischen uns immer ein bisschen tee trinken das wichtig für die stimme weil ich nicht weiß ob der schwarze das beste ist ja wahrscheinlich das möchte ich auch meinen vielleicht muss ich da gar nicht zaubern hätte ich die sauber den chaos riss noch übrig für 257 mutlos also sehr sehr schlechte ich weiß jetzt nicht ob das der beste move war da wäre teiligen sind es besser gewesen toll zu können jens angreifen nachwachsen ist natürlich jetzt eine fiese sache ok kratzer überlebt aber überlebt brauchen wir nicht forschungspunkte brauchen wir auch nicht nicht so dringend oder kann sich regenerieren nächste runde und dann hier ein bisschen alter noch mehr minen das ist ein super gebiet so den wartung wollten wir nicht annehmen wir wollten gucken wo das hier hin führt zu einer festung das wäre eine ziemlich strategisch gut gelegene festung noch strategisch besser wäre es wenn sie noch direkt im weg liegen würde goldrauschberge also hier ist wahrscheinlich überall gold dein ziel ist klar 1 gott haben wir ja noch okay so dann haben wir jetzt hier so eine ganze ecke neue leute in welche richtung geben mit ihr die leute schwimmen und nichtsdestotrotz würde ich mit denen in die richtung gehen erst mal ja vielleicht hier noch reingucken weiß ich nicht und die bis auf die gauner sind auf jeden fall hilfreich könnten hier unten mitmachen oder bei ihm eins am anderen erst mal hier gucken die nehmen wir einfach ein und ich sagen und du machst hier ein scout ja es sind er hat jetzt hier zwei noch ein noch ein ritter problem ist dass ich nicht weiß was mich hier erwartet okay eine gemeinde und ich muss das ja ein nehmen und zerstören welche die schneller sind als die anderen sind alle 28 also ich würde sagen die ein gauner zwei gauner zwei gauner gehen dort und werden verteidiger an der front mit den jungs zusammen und die drei gehen nach vorne unterstützen zu kultur diesen die reserve falls zutoren oder reserve für sie wenn jetzt hier leute sterben also ich brauche ein bisschen mehr einheiten um sich herum noch und er versucht jetzt im alleingang die leute platz zu machen problem sind einstens die buchanzahl und natürlich die lanzen fuzzis zaubern geht auch nicht mehr leider was wir machen können ist uns ungefähr hier hinstellen das man selber heilen da müssen wir noch eins vor was uns zwar aus der deckung nimmt aber man das gut zum aus oder reich werde von denen dass wir das hier können angegriffen werden schade die haben die ersten schlag deswegen verteidigen nämlich noch viel mehr verteidigung die stadt übernehmen wir hier könnten wir dann auch noch mal einen knoten umwandeln und du wartest hier nach unten und wird es dann noch den einzelnen unter antastbaren hier ist die alleine gucken das ist nur eine kleine scout einheit ist wahrscheinlich wenn der könnte mir noch einen übernehmen irgendwie cool und stangenwaffen oder herrschschlag stangenwaffe gewalthaufen gegen brittner gegen brittner also die sind fies aber wir können ein bisschen zaubern tja nützt uns das was ähm ja ich denke das nützt uns was wir müssen die möglichst einzeln raus holen irgendwie oder halt in der reichweite stehen dass wir nur von einem angegriffen werden können das problem ist die haben eine richtig krasse reichweite 1 vorgehe beiden angegriffen werden aber nur von vorne also ja er kann natürlich von hinten kuppeln nicht kuppeln gut jetzt werden wir hier gut haben hat flankiert er geht er geht nicht aus fehler an der kai also der richtige move wäre hier rauszukommen mich zu flankieren und dann mit ihm von vorn anzugreifen aber ich meine ich bin ja 14 bis 20 3 plus 6 sind 9 mal 3 sind 27 deutlich besser der erste schlag das haben sie nicht mehr doch haben sie aber er hat auch erst schlag so war das doch ja ich stelle mich hier und das übernehmen das wäre cool das wäre cool da ist noch richtig viel schaden gefressen dann hätte ich mich da vorgestellt verteidigt oder irgendwas da weniger schaden kriegt aber man kann es immer mal probieren so stadt übernehmen hält wurde befördert verteidigung ich meine mehr verteidigung mehr gut war dann machen wir das du solltest eine festung errichten grob in die richtung du solltest hier eigentlich noch ein bisschen beschürfen sofern möglich ansonsten gehst du einfach mal zu einer dieser festung irgendwie und zum verteidigen halten schutz und höhlen kriechen das war mit mal ob man das haben wir nicht dass wir auch nicht hinkriegen haben könnte die goldmine zum beispiel frei machen jetzt haben wir hier zwei städte die eigentlich ganz gut zur verteidigung sind vielleicht können wir dann mit denen einfach dahin gehen ok 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 so und dran ist jetzt dabei das ist interessant 3 3 3 3 3 3 und in einem zug aber die wichtigen items kommen in drei zügen wir haben hier spiele kann nicht hilfreich sein wir können in der festung wenn du auch noch sinnvoll sein mit dem mit dem mit dem knoten und goldmine da was ja kacke moment 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 weiß das ist leben aber ich will hier nicht meine eine meiner hauptstädte verlieren dass der grund warum eigentlich in jeder stadt mindestens ein verteidiger stehen hat also ist sogar fertig geworden ach ich bin ja blöd ich habe jetzt nur gelesen zwei züge oder so weiß was ich da gelesen habe vielleicht weil sie den hafen weg nimmt aber der hafen selber und keine produktion aber weil sie sind weniger zufrieden weil feind vor den toren das ist ein problem das ist auch ein problem ich habe im untergrund eine stadt errichtet oder errichten eine stadt da muss ich was gegen tun hat er was ist denn mit euch los also im untergrund ist es gerade am kochen den haben wir erledigt wir kommen schlecht in den untergrund ja wir müssen mit denen jetzt zur verteidigung menschen ritter ist gut mission für uns annehmen das kriegen wir hin fest und da oben errichten das habe ich in letzter runde nicht gemacht das ist ein problem das ist ein ernsthaftes problem haben wir irgendjemand in der nähe nein wird hier nächste runde ein ok wird nächste runde einer fertig mit dem rüber rennen können aber ich bin hier gerade dabei verteidiger zu bauen und dann kommt natürlich der scout das ist ziemlich weit weg das ist ganz gut hier das also verteidigungs mäßig kann vom boden her nur von hier angegriffen werden das finde ich nicht gut davon da unten einfache seefahrt erforscht erfindung jetzt als nächstes ok müssten über anschluss reden das ist genau da ok habt ihr auch keine verteidiger das ist nicht so viel regeneriert wie ich gerne hätte das hat auch eine aufgabe für uns gehabt oder irgendwelche bauken haben ohne ausgangs im wachtturm als die jetzt nimmt die in den morgens er könnte ihn bitte niederbrennen ok machen wir ich probiere mal das alles physische angreifern reicht das vielleicht eine schutzatmosphäre oder eine schutzsphäre zu machen reicht nicht weil sie schlau sind ich kriege die flanke einfach ab und sterbe ja die sind schlauer als sie mir lieb ist muss ich wirklich so einen großen zauber einsetzen muss man nächstes level ab diesen heilzauber leveln der bringt ordentlich was alles ist immer ziemlich overkill hier der chaos riss aber was anderes fällt mir jetzt erstmal nicht ein geht es ganz los geht es ganz los das bedeutet auch noch mal was gut da kommt noch ein bisschen dran hier könnt ihr einfach nach vorne einst weiter weg und blitz niederbrennen niederbrennen äh belohnung nehmen das ist unser freifahrts stein für das meat shield sozusagen ok da ist auch noch mal eine neutrale stadt hält wurde befördert sehr gut jetzt nehme ich doch klart harmonisierende energie eigentlich was cool wenn die hier so hoch kommen könnten wir müssen diese gar nicht natürlich noch was weg schaffen bevor sie irgendwelche fiesen sachen machen reicht sehr gut so er springt jetzt weg und schießen sind rücken wahrscheinlich ja dann schießen die einen rücken so einfach läuft das sehr gut sehr gut da ist das gar nicht und da ist die neutralischen start mit der wir jetzt erst mal keinen kontakt aufnehmen können diese runde tja du kommst wahrscheinlich eh nicht rechtzeitig zurück da verteile ich das wenn er daneben steht ja okay jetzt habe ich die gerade hier weg bewegt und jetzt das war noch richtig fiese richtig große gegner da drin ich glaube damals gar nicht die zeit beziehungsweise ressourcen dafür wir müssen hier vorne kämpfen jetzt alles nichts hier kommen wir irgendwie schnell den untergrund mit euch hier können wir weiter ziehen wie gesagt wir müssen die stadt einnehmen niederbrennen wie lange haben wir dafür noch zeit fünf runden ich würde ja lieber in die richtung gehen aber die aufgabe vermöglich ist uns bei uns bei den tachen besser dazustehen aber fünf runden ist ganz schön lang könnten wir nicht auch diese schlecht verteidigte stadt eine oh ja okay niederlage wahrscheinlich warum mit hier. Und jetzt können wir ja auch nochmal weiter rennen. Die Reichweite ist natürlich immens. Scheiße, wahrscheinlich ist die E-A-K hinzustellen. Okay, jetzt werden wir zwar flankiert, aber wir können nicht flankiert werden. Ach komm, das wäre es jetzt gewesen. Jetzt müssen wir halt nochmal schicken, was ich hier noch so gesagt habe. Vielleicht auch nicht. Reicht der? Könnte reichen. Und normaler Flankenangriff könnte auch reichen. Meucheln mit Flankenangriff? Kill. Nice. Die müssen wir jetzt halten. Dann haben wir hier nämlich einen ziemlich guten Fuß in der Tür, würde ich sagen. Die Aufgabe von den Drachen würde ich jetzt fast sein lassen, weil die zu viel Energie kostet. Das könnte man überlegen. Okay. Was ist da noch so offenslaut? Sieht ja alles erstmal machbar aus. Oh, hallo. Ähm. Friedensvertrag. Ähm. Nicht erkundet. Aber keine Ahnung, doch wir hätten ein bisschen. Hätten ein paar Einheiten. Das Meat Shield dafür. Dann könnte man das sogar machen. Verließe erkunden und dann hier reingehen und da oben die Stadt wieder einnehmen wahrscheinlich. Du gehst so schnell wie es geht an die Front. Dein Ziel ist klar, du unterstützt den. Du gehst so schnell wie es geht dahin. Dein Ziel ist klar. Alle anderen haben wir gezogen. Also, das Problem wird sein. Wir verlieren die Stadt. Gegen so einen blöden Cherub. Den in zwei Runden oder so haben wir die Stadt aber wieder. Aber zwei Runden, wenn er dann nach Norden geht oder so, das ist alles ein bisschen Mist. Ich meine, es ist auch keine, keine schnelles Sammeln oder so. Das war auch zwei Runden. Können wir jetzt nicht anders, können wir jetzt nicht anders lösen. Ist leider so. Wenn ich den, äh, wenn ich diesen Tipa fetten Feind vor den Toren, dann, äh, hat das super easy. Ich meine, hier läuft es gut, hier oben läuft es schlecht. Also, sie rüberziehen dort, müssen wir wahrscheinlich machen. Also, weil sie fliegt halt, ähm, sie muss dann hier die Leute verteidigen, die Städte wieder einnehmen. So, und hier müssen wir vorrücken und die Städte, die sie im Untergrund aufbauen, gleich einnehmen. Also, dass sie hier irgendwie Fuß fassen. Das sieht immer noch machbar aus. Sehr gut. Erstens eine Menschenwache, dann ein Holzwoll. Ähm. Ein Heizritter. Dahin und so schnell wie du kannst. Noch zwei Runden. Äh. Findung. Da, 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 Expansionsdrang. Die Drohne wäre jetzt halt hilfreich gewesen, ne? So. Bevor wir die Sachen bearbeiten. Und ich mit ihr diese beiden Minen einnehmen und dann nichts wie zurück. Ohne Chaosrüst. Sie kann sich ja jetzt heilen und alles. Zack. Ja, das will ihm halt den Bogen grüßen. Sad. Sad. Wo lebt es sogar? Ja, Nahkampfangriff ist halt nicht der stärkste. Ist ja auch eine Zauberin. So viele Fernkämpfer. Wir müssten quasi einen mit Magie töten und uns dann zwischen die anderen stellen. Das ist jetzt so die Idee einleben, ne? Wahnsinn. So, den ausschalten und dann hoffen, dass die sich hier schön nebeneinander stellen. Ich habe sogar noch mal eine übrig für eine Heilung. Praktisch. Okay. Zack. Ja, die Heilung ist schon praktisch. Hätte ich viel früher schon nehmen sollen. Und jetzt so schnell wie es geht zurück. Du landest hier an. Oh, wow. Das meint sie mit Gold. Okay. Moment, Moment, Moment. Das möchte ich nicht. Ich möchte das eigentlich ohne in Einheit zu verlieren. Ja, muss ich halt manuell spielen, ne? Ich dachte, ich kann ein bisschen Zeit einsparen hier, aber hier ist wirklich jede Einheit wichtig zur Zeit. Ich komme sogar raus. Interessant. Sehr wahrscheinlich, ja. Zack. Wie sollen wir jetzt noch alles verloren haben? Easy. Ja, die Stiefel brauchen wir zwar nicht, aber den Zwergen Ampo schützen, der ist sinnvoll. Sie am nächsten haben sie, sie kann das dann verkaufen. Der Ampo schützt ist auch schnell genug und mit der Oh, wow, wow. Hätte ich gern als, aber sowas von sechs Runden. Riesenbehausung. Aber sowas von fallen, wenn die noch wächst, die noch den ganzen Spaß hier mit. Hier noch eine Behausung geht, das ist einfach eine komische Wald. Tja, ähm. Nehmen wir dann jetzt hier alle Goldminen ein, nach und nach, oder wie? Ist das, ist das ein Plan? Okay, wir können erstmal nicht weitergehen. Das ist gar nicht so schlecht, da können wir noch eine Runde regenerieren. Die Bündnis eingegangen. Grenzen geöffnet. Ähm. Ich mach mal den Wachtturm ein. Das schaffen wir, das schaffen wir auch. Wer ist der Wachtturm, der hier im Weg ist? Könnten wir mit ihr fix aus dem Weg räumen. Also ich muss sie sowieso vorher speichern, weil, ähm. Das kann natürlich auch der, aber nach hinten losgehen, ja. Weil sie halt noch Stufe 1 ist. Wobei hier so ein großer Kampf dann natürlich auch richtig viel Erfahrung bringen würde. So. Die können doch verführen. Meine Unantastbare ist jetzt nicht die eine, die man unbedingt verführen möchte, aber. Also, in mehrererlei Hinsicht, ne. Sogar gereicht. Unantastbaren könnte man auch einfach killen, aber. Das sieht nicht so aus, als würden wir das hinkriegen. Vielleicht doch. Kannst du ihn wegzaubern? Ach nee, du brauchst deine Zauber. Für den nächsten Kampf. Nooo, ein Leben, oder wie? Ich bin nicht mehr widerstanden. Ich kann sie jetzt nur zweimal schießen, ist auch okay. Nice. Sie kriegt die Erfahrung von dem. Läuft. Die kannst du jetzt nicht mitkämpfen, aber ist an sich auch eine gute Einheit. Okay. Jetzt gilt's. Wir brauchen auch auf jeden Fall Zauberunterstützung von Edward. Ich denke nicht, dass wir das sonst gewonnen kriegen. Obwohl, ja, die Hellebarn, die ja sind ein Problem. Reiter gehen. Zweinkämpfer gehen. Bogenschützen gehen auch. Der Heiler eventuell. Aber die Einheiten sind eh noch weit genug weg, wie es sollte. Versuchen. Wir können auch nochmal verführen. Reiter zu verführen wäre wahrscheinlich das Beste. Wobei, für den Kampf selber wäre es wahrscheinlich, ähm, flankieren. Er ist wahrscheinlich gut, so ein Pekingier zu verführen, für den Kampf jetzt selber. Gegenschütze weg. Dafür haben wir uns ein bisschen schlechthin gestellt. Ich gebe es zu. Ähm. Okay, wenn wir den versuchen zu verführen, dann machen wir unsere Flanke ein bisschen auf. Es sei denn, sie würde nicht so laufen, irgendwann so. Aber das kann ich hier ja schlecht, schlecht sagen. Es sei denn, kann ich hier das so sagen? Ja. Nice. Ähm. Assassinenangriff. Nochmal Assassinenangriff. Sehr gut. Stellst dich hier und greifst den Probenschützen an. Gehst hier vor. Tötest. Langschwertkämpfer. Und dann tötest du den Hellebord, ja. Okay. Die Einheiten sind deutlich besser, die wir haben. Okay, Plansprenzsatz. Ah, überlebe. Shit. Das wäre so gut gewesen. Allgemein, die Einheit auch zu behalten wäre so richtig gut gewesen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das machen. So, vielleicht. So. Die würde ich noch rankommen lassen. So. So. Die Reiter gehen da hin. Okay, wir könnten jetzt noch irgendwie oberweltmäßig zaubern, aber ich glaube nicht, dass das bringt. Sie selber könnten noch schnell einen Vorstoß zaubern, das wäre manchmal so dumm. Ähm. Ähm. Na, das war normal nicht der Flankenangriff. Ähm. Jetzt habe ich zu schnellen... Ah, kann sie nicht schnellen Vorstoß, dachte sie kann das. Dann machen wir das so. Und so. Und so. Damit haben wir alle Fernkämpfer gebunden. Das sind die, das sind die, das sind eigentliches Hauptproblem, die Eleportieren, ne? Ähm. Nicht so netter Kollege. Penner hätte ich was gesagt. Töte dann auch den Assassinen. Ähm. Also die beiden Verluste waren, wenn ich sage, unnötig, aber hätte man eventuell vermeiden können. So. Es war hier noch eine relativ große Gruppe unten. Weil es echt gut wäre, vorher diesen Schrein mitzunehmen. Dann wären wir dann im Untergrund kämpfen. So. Extra vorher gespeichert. Wenn ich jetzt nämlich angegriffen werde, könnte ich sie noch zurückziehen. Ähm. Das müsste man gewinnen. Ich habe jetzt nicht vorher gespeichert, weil ich vor, ähm, Zuntrends zugespeichert hätte. Da hätte ich einen neuen Spielstand anlegen müssen, wenn ich eventuell hätte laden können. So. Ihr seid alles, ähm, so blöd wie es klingt, eigentlich nur Opfer für Headward. Damit Ed wird hier überlebt und alle getötet. Ich weiß. Es ist, äh, nicht das schönste Schicksal auf der Welt, aber. Was sollen wir machen, ne? Ihr seid halt keine Helden. Hawkmonsterjäger. Wir haben Lanzengeflattzeug arm. Feuer frei. Du bist hier ein Verteidiger. Wir gucken einfach nur, dass er möglichst nicht flankiert werden kann. Ich meinte, wir haben gestorben sogar gegen die Einzelneinheit. Ähm. Ah, überlebt sogar. Geil. Leben beide noch. Ein Leben. Ähm, töte ihn. So, ihn zu töten. Lauf um dein Leben. Genau, mit der Anflug überleben. Lauf! Wenn man einen am Leben erhalten, mehr als ich eigentlich dachte. Zack. Und es verließ, was kriegen wir, was kriegen wir? Goblin-Riesenkäfer. Drakonio weiß es, hm, aber Goblin-Riesenkäfer ist schon ziemlich nice. So, und du fliegst weiter. Und du fliegst weiter gen Norden, um zum Beispiel hier mal das Gold mitzunehmen. Ähm, und ja, du kannst immer kurz reingucken, aber ich glaube nicht, dass wir das hinkriegen. So, der weiße und der Riesenkäfer werden dann hier die Offensive anführen, wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob wir das hier oben hinkriegen, nur mit Larissa und Co. oder ob wir Edward danach brauchen. Ähm, unbedingt einen, eigentlich einen Holzball zuerst. So schnell wie es geht, da ein paar Verteidigern haben wir nicht genügend Gold, vielleicht demnächst. Moment, Moment, Moment. Ihr habt aber auch eine blöde Position hier, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will. Gauna, wo solltet ihr hin? Ihr solltet eigentlich mit kämpfen. Du wirst Verteidiger, du wirst Verteidiger. Ja, wie gesagt, ihr werdet hier die Offensive anführen. Ähm, dann denke ich, dass man das hier eingenommen bekommt, mit ihm allein. Die Lage ist wahrscheinlich, das hast du mir schon beim vorgehenden Kampf gesagt. Wir müssen möglichst viele Einheiten dorthin bringen, dass wir die Städte auch halten können. Das wäre cool. Unwiderstanden. Natürlich lahm. Aber wir könnten schnell den Vorstoß nutzen. Können wir trotzdem reinkommen? Frankiert können wir eigentlich nicht werden. Okay. Erstmal weg machen. Dann gucken wir, ob wir mit dem Rest hier umgehen. So. Die könnte man versuchen zu übernehmen. Ich habe echt kein Glück. Also wenn ich da zurückdenke, was ich bei Sunderns Kampagne an Einheiten übernommen habe. Tja. War das der Hauptschutz sogar? Hab ich vorher gar nicht geguckt. Übernehmen. Und die Festung dann eigentlich auch noch demnächst. Wobei jetzt die Frage ist, können wir uns nicht erlauben, da eine Einheit runter zu schicken. Also höchstens, höchstens ihnen. Mein Held ist, also hier unten kann es nichts mehr geben. Die Einheit der Gegner können nur von oben kommen. Können wir jetzt nicht ihnen nach Süden schicken und Bewegungspunkte verschwenden. Jetzt habe ich nochmal schnell gespeichert, das ist eventuell ein Problem. Komm hier, die ganzen Städte hintenrum einnehmen. Ich gehe kaputt. Wenn die Frage, was mit Sundern vorne passiert ist, jetzt da ich schnell gespeichert habe. Das war nicht schlau. Noch mal eine ziemlich gute Festung hier. Und Produktionsressourcen. Hallo. Geht man da durch einfach. Und dann hier oder da zum verteidigen. Dein Weg ist klar. Jetzt hoffen wir einfach nur, dass hier nicht der Super-GAU kommt. Das wäre irgendwie Kacke. Weil es Wundern auch überleben muss. Ich habe extra vorher schnell gespeichert. Ich hätte, ich hätte ein extra Spielschnitt anlegen müssen. Wer dort war, war Suhl der Gezackte und baradiert der Kalion bei Dort. Oh, jetzt holt er aber hier. Bloß gut, dass wir Edward und so nach oben ziehen. Jetzt holt er hier aber Verstärkung. Leones haben wir hier eigentlich platt gemacht. Baradiert zieht sich hoffentlich auch zurück. Okay, kommt hier mit Schmiedepriester an. Okay, gut. Das ist eine Fee. Die kriegen wir ja mit dem Ritter da sicher entfernt. Ja gut. Burgwache hergestellt. Ins Reich übernommen. Die Jungs hier. Holzball. Fritter gemacht. Das passt. Wie gesagt, ist es eine schlechte Position. So, jetzt kriegt sie aber Rüstung. Eine neue Rüstung. Paar Schuhe. Habe ich nicht einen Helm geschickt? Ein Diadem oder so? Oh, alles zur, alles zur falschen geschickt. Egal. Egal. Das haben wir erforscht und jetzt würde ich sagen, nochmal Erfindung, dass wir mehr zaubern können. Per Zauber und mehr gut. So, gewonnen. Und wieder nach vorne. Ähm. Dann hat sie das dann mit demnächst klar. Und sie muss hier runter. Ähm. Das schafft sie auch alleine eigentlich ohne, ohne Edward. Weil ich weiß jetzt nicht, was, was hier unten noch auf uns lauert, ehrlich gesagt. Ah, Halle der Baumeister. Tja. Was kriegt sie mit dem Zauber schon allein hin? Jetzt noch die Frage, Edward. Welche Richtung gehst du? Eigentlich sind wir rechts gerade am Vormarsch. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel diesen, diesen, ähm, Zauberstab auch rüberschicken. Aber das dauert ganze fünf Runden. Hm. Jetzt sollten wir erstmal uns darum kümmern, was offensichtlich ist. Offensichtlich ist, dass wir diese Stadt nicht tolerieren. Nicht im geringsten. Wenn ich mir ehrlich bin, auch eine sehr schlecht errichtete Stadt. Eine Position. Ist ja halt ein bisschen panisch, was soll's. Ähm, zwei Fernkämpfer, ein Ritter. Hier geht grad durch. Du eher dahin. Zina auch dahin. Du. Dahin. Abbrechen. Blenden. Was ist das? Nur noch ein Fernkämpfer übrig? Oh. Das ist, das ist schlecht, dass er wegrennt, weil dann hat er null Bewegungspunkte in der nächste Runde. Eben Rauben hat sie doch jetzt auch, oder? Nicht? Hier erleben wir Rauben. Gut. Deswegen würde ich fast sagen, Nahkampfankraft vorbei. Schade. Ähm. Warum können wir die Barrikade eigentlich nicht angreifen? Mit ihm schon. Mit ihm auch. Und das auswähle. Wir müssen ja was schönes machen. Wir müssen nicht außen rumgehen. Die Leute aufhalten, dass sie nicht zu nah, zu weit gehen. Und Bienen wegmäuscheln. Sack. Ja, dass nicht sie hier losrennen und sie töten. Da ist noch mal Leben geraubt. Da ist es wichtig, wenn sie so mit Low Leben rumrennt. Die Stadt könnte man fast niederbrennen, aber ich bin nicht so von niederbrennen. Übernehmen wir. Ja. Können wir überlegen, das noch frei zu machen. Also wir können uns nicht weiter bewegen wegen dem Bob, aber das ist mir egal. Den lassen wir dann halt zurück. Gehen wir den Schrein mit. Gehen da hin. Du gehst hier runter, nimmst das Gold mit. Bist dann Verteidiger. Held wurde befördert. So. Für sie gibt es tausend Sachen, die nett sind. Ähm. Sickertrupp ist ganz okay. Trink ist selbst ein Dutzend nicht ganz so wichtig. Sie kriegt die ganzen nice, netten Sachen eher hinten raus. Ähm. Verkrüppelung zufügen ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ansonsten erstmal irgendwie defensiv. Verteidigung und Leben. Ähm. Genau. Also klar überziehe ich jetzt wieder ein bisschen. Aber, ne vielleicht kriegen wir das hier in Autokämpfen hin. Ne, kriegt man nicht. Dann überziehe ich nicht und mache die Kämpfe dann alle beim nächsten Mal. Das sind hier drei Kämpfe in der Reihe, wo wir unseren Eigenheiten auch mal richtig nette Medaillen geben können. Und die halt nicht sterben müssen. Gibt es noch irgendwas, was ich relativ schnell machen kann? Ja. Dich da oben hinziehen. Oder. Die habe ich nicht eingenommen. Da oben hin. Kann man eine Festung irgendwie errichten. Kann die auf den Berg errichten. Ähm. Wieso dann? Ich bin gerade noch ein bisschen unschlüssig. Ähm. Kann ich es beim nächsten Mal überlegen. Gehen wir mal irgendwie so hier hin. So. Na, Verteidiger. Ja, leider. Ähm. Oder weg. Tja. Genau. Das überlegen wir uns alles in Ruhe beim nächsten Mal. Wir haben hier auf jeden Fall. Oh. Das ist. Das ist auf jeden Fall die Residenzstadt von dem Kollegen. Also wir könnten. Wir haben hier von. Ähm. Wie hieß sie? Oder heißt sie? Grellka. Grünklaue. Hier die beiden Städte eingenommen. Unter anderem die Residenzstadt. Demnächst ihre letzte Festung. Und von. Wasul der Gezackte nehmen wir jetzt auch bald die Residenzstadt ein. Und wahrscheinlich hat jeder hier so zwei Städte am Anfang. Zwei große. Keine Ahnung. Zumindest nehmen wir die auf jeden Fall ein. Und ja. Dann haben wir hinten schon mal richtig guten Fuß gefasst. Ich überlege mir beim nächsten Mal noch, ob ich schon die ähm. Den Merlins Zauberstab rüber teleportiere. Ich denke das ist eine gute Idee. Weil ähm. Leonus hier wahrscheinlich sich irgendwo hier aufhalten wird. Den müsste ich dann damit besiegen. Ja. Ansonsten. Also das war unser größter Erfolg. Hier haben wir eine kleine Niederlage errungen. Die wir aber jetzt mit. Wahrscheinlich mit Larissa im Solo. Ähm. Hier wieder zurückholen werden. Edward. Puh. Keine Ahnung mit Edward. Edward könnte sich auch hier oben jetzt. Einfach quer durchschlagen. Da überlege ich mir noch was er macht. Also. In der Position kann er gerade nicht viel reißen. Ja. Ansonsten wie immer an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.